Und damit Cheers. Genau, darauf würde ich auch erstmal random mit den Schultern zucken und mich sehr vieles fragen. Ey, das ist ja jetzt schon wieder mein absoluter Lieblingstrend. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ah, alles klar. Es geht selbstverständlich genauso weiter. Wer hätte das gedacht? Schämt euch übrigens, wenn ihr gerade doppeldeutig denkt. Das ist nur in eurem Kopf. Danke auf jeden Fall, Nick. Das hat mich sehr, sehr dazu inspiriert, mein Leben voranzutreiben. Auch mal mehr anzupacken. Ja, sogar ein besserer Mensch zu werden. Zurecht, eine Million Views. Oh Gott, natürlich. Er macht genau das Gleiche nochmal. Bin schon wieder so gespannt, wie es weitergeht. Ey, das ist, finde ich, das Schöne an Trends. Jede künstlerische Interpretation fügt etwas Neues hinzu. Millionenfach ausgeführt. Aber immer wieder wahnsinnig überraschend. Ich werde die Möglichkeit haben. ich glaube ganz arg.